es ist klein fett ohne haare und ohne geld und trotzdem lieben es die frauen was ist das keine ahnung ein baby du papa ja darf ich mir zu weinen ein buch wünschen egal auf egal welches hier ist das egal welches willst du denn louis weißt du was ein buschmännle ist ein buschmännle soll ich dir das mal zeigen geh mal hin dahin weiter weiter noch ein stück noch ein stück noch ein stück noch ein stück ja noch ein stück noch ein stück jetzt bist du ein buschmännle ja ja so was sehen du kriegst sowieso kein like das ist ein blitzflank du bist ein blitzflank du auch lass bitte hat es geschmeckt? hast du Wasser getrunken? brechen 그래도 hier made leg dich nie mit deiner stiefmama an mhm mhm hallo hallo Nein! Nein! Ui! Nein! Ich darf jetzt nicht mehr antworten. Nein! Sieh auf! Nein, nein, nein! Ah! Was ist das? Was? Was ist los? Ganz normaler, erster Weihnachtsfeiertag am Abend. Um 20 Uhr. Es ist kalt. Zehn! Hör auf jetzt! Was gehört noch hier? Hör doch mal auf jetzt! Ey, meine Kaffeemaschine! Du spinnst ja wohl! Alles nur meine Kaffeemaschine! Hör doch mal auf jetzt! Jetzt wird's los! Leute, das ist nicht normal bei uns! Echt? Hör auf jetzt! Wir müssen's auch rummachen! Wenn die Klinge reinkommt, hör auf die übertreibende Musik! Das sieht aus! Ich bin gleich schnell! Die übertreibensvoll! Ihr nicht! Ich bin auch mit dran! So! So! Vielen Dank.